Wir leben in einer Ära der Unsicherheit. Wir wissen nicht, was heute oder morgen passiert. Doch die Menschen in Westfalen brauchen etwas, an das sie glauben können. Etwas, das ihnen das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Manchmal sehen wir es nicht, obwohl es direkt vor unseren Augen ist. Es ist etwas, das ihnen zeigt, wo sie zu Hause sind. Etwas, das ihnen sagt, auch dieser Tag wird ein guter Tag. Uwe, kommst du jetzt? Auch dieser Tag wird ein guter Tag. Herforder Pilz. Für jedes Abenteuer gebraut.